Hallo, hier ist Naruto1986. Herzlich willkommen zu Naruto Shippuden Ultimate Interstorm 2 und wir machen da jetzt weiter. Wir haben jetzt gerade in der letzten Folge gerade Sai besiegt und jetzt bauen wir uns wieder auf den Weg zum Hokage machen, also Tsunade. So. Ich glaube, wir haben jetzt auch das hier. Wir sind außerdem auch jetzt in Part 11 angekommen. Was ist mit diesem Mann? Du bist schweig. Wer bist du, du schweig? In der Zeit, Naruto. Du kannst du meinen Namen in der Zeit lernen. Hm. So. Ah, komm, jetzt ist es Dings, Eno. Bitte. Bitte. Ja, doch, das ist Naruto. Ich bin da. Nein, wenn ich sage weirdo, habe ich nicht Naruto. Ähm. Hey, Naruto. Lange Zeit, keine See. Nein, natürlich lange nicht gesehen. Wir auch. Nein, nicht so, Choji. Diese ganze Situation ist so eine Drage. Das lauf ich auch. Wauw. Also, das ist das was passiert? Das Mann. Ich habe ihn nie gesehen. Was war das alles? Oh, da bist du. so cool er ist es die 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 sie war sie kann der menschen in mieter nicht zudem kundernst er habe ich kenne ich schon habe mich an den kinderland es sei und 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 Das Oh je Wow Me Wuh 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 und und okay ja sie ist und das neue team mitglied namens nariz die die sind Something about this smell is wrong. und und ich hatte gleich nur Witz er jetzt heißt er wurde ich gerade verarschen gerade hier ich wollte gerade nie okay ja gehen wir ja ich weiß Herr Köln ist schon laufen meine Güte nicht sind soll danke so wir kennen uns schon ich habe nicht geschrieben was machst du denn hier ich bin entschuldigung, aber du siehst, ich wusste, wir werden Team-Mate sein und ich wollte sehen, wie stark du war ich? und ich? das stimmt, du und Sai werden wir als Team-Mate sein was? und ich werde Yamato führen unsere neue Team-7 Yamato, wer ist? das wäre ich ich freue mich mit dir ich freue mich mit dir ich glaube ich ich freue mich mit dir ich freue mich mit dir ich freue mich mit dir aber dein neue Mission kann nicht warten für ihn zu reisen also Sai und ich haben entschieden, zu round out die Team ich freue mich mit dir ich freue mich mit dir deine heutige Mission insbesondere betrifft die Beobachtung und die Beobachtung Beobachtung? die Beobachtung sind die Details sind ich sage, Sakura, du kannst sie in mit dir ich habe das natürlich wenn wir gegen Sasori von der Akonsa wir lernen, dass er ein Spie hat, unter Orochimaru Sasori und seine Spie haben um zu treffen, um zu treffen auf den Tenshi-Bridge in dem schwarzen Gras ich sehe, aber es ist möglich, dass es... aber die Information, die zu erinnern ist vital wir können nicht um zu lernen, über Orochimaru über Orochimaru und vor allem über Sasuke Uchiha über Sasuke? über Sasuke? ja Sasuke Uchiha wenn ich mich richtig ein Mitglied von Team Kakashi drei Jahre vorhin er hat von Orochimaru oh 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 in any case you are to go to Tenshi-Bridge apprehend the Spy and bring him back to the leaf understood Sasuke hey hey this will be a breeze oh 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 calm We are just going on our way who gave us a chance oh oh Ich muss mich jetzt noch mal anschauen und dann noch mal abschreiben, vielleicht. Kommt schon, los jetzt. Naruto, du bist einer der Leute, die ich will kämpfen. Naruto. Ja? Wir können nicht auf dieser Mission messen. Können wir nicht loslegen, aufzuhören. Sieh mal, Trophäe, die Naruto's Freund. Dö. Ja, ist klar. Ist gut. Yamato. Darf ich endlich? Danke. Meine Güte. Meine Güte. Sie haben eine Trophäe verdient. Naruto's Lehrer. Meine Güte. Immer diese Laberei hier in dem Spiel. Nee. Ich will hier eigentlich loslegen und nicht hier lang rum machen. Ich will jetzt die zwei letzten Parts noch rumkriegen. Weil später geht's weiter mit den Aufnahmen, klar. Aber ich will halt ein bisschen aufholen, dass ich dann später, wenn ich dann nochmal mache, dass ich ein bisschen weiter mit den Parts werde. Ein bisschen weiterkommen. Und deswegen mache ich jetzt wieder ein paar Parts noch. Und dann... Jetzt kommt die wieder mit ihren Schuriken aufm Rücken. Die Olle. So. Ja, was jetzt? Endlich. Die Leute, giftet euch nicht an. Ich bin froh. Okay, das ist genug. Das ist keine Chance. Es ist besonders nicht in front of mich, dein Team Kapten. Du bist ja. Ich bin froh. Oder Kakashi? Nein, wir sind nicht von uns. Der vierte Mitglied von Team Kakashi ist Sasuke Uchiha! Ich bin glücklich, dass das so ist, wie du dich fühlst. Ach, können wir losgehen einfach. Sasuke ist ein Traitor. Er hat den Leif und hat Orochimaru mitgebracht. Ich bin kein Traitor als Cockroach. Ich kann nicht für jemanden wie das. Ach, komm, können wir eigentlich loslegen. Halt auf mit dem Scheiß jetzt. Ich will weitermachen, ey. All right, you two, that's enough. No more Coraline. But he... Honestly. It's true, this team was thrown. This mission absolutely must succeed. All Coraline need to share the same goal. Is that clear? Und wenn du das lesen wolltest, dann schau dich das dem Ding an. Und stoppt oder spult zurück. Ich will eigentlich loslegen hier. Darf ich jetzt endlich? Danke. Immer diese scheiß Laberei, ey. Das nervt doch ganz zur Zeit, ey. Wenn du jetzt entscheiden willst, dann rede ich. Wenn du alles reden willst, dann rede ich... werden darf, laufen zu unten... Und... Und... dauernd hier, edges blueprint haben. Bitte beden scheiß ich hier. Ich weiß nicht, dass wir hier sind. ich die Gewerkschaft der Geburie war zu uns sein wir haben wollen sie Jürgen Mieter Kierweite all years is match 6 Szenen ist jetzt können wir loslegen endlich meine Güte was gestartet ja von wegen kurz erler sie so viel Scheißer da von wegen kurzem meine güte die nervt doch gerade mit sowas ja kommen oh ja mach doch nimm das jetzt verschwinde ja ja klar jetzt und hab dich wieder ja 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 So, hier bin ich wieder. Hab schnell den Mist weggecuttet. Ganz gut, aber nicht perfekt. Mist. Jetzt geht dieses scheiß Gelaber wieder los. Mist. Du Scherz! Warum hast du mir mehr mehr da hinten geholfen? Habe ich mich einfach zurückgebracht? Wenn ich dich zurückgebracht hätte, hätten wir auf der Bühne gekommen? Ich weiß nicht, was ich da nicht weiß. Es ist nicht praktisch, zu kämpfen, während jemandem für jemanden verloren hat. Was war das? Oh, Leute! Aufzudiskutieren, meine Güte! Oh, die Diskutierer machen weiter jetzt, ey! Kommt! Oh! 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 den Kanal, das war nämlich nett von euch. Dankeschön, ciao, bis gleich.